Wichtig schon, diese Pose, diese Ausgangsposition und hier demonstriert hier Katharina Serbojanska ihre außergewöhnliche Fähigkeit der Überdehnung. Und jetzt kann man mal vergleichen, Kollege, das ist anders bei Serbojanska ja zu wie Tritscheke zum Beispiel. Nicht nur figürlich anders und was die Beweglichkeit angeht, aber der Typ, die präsentiert sich anders. Ja, vom Typ her auch jeden Fritziger mit dem Band, aber auch eine große Grazie. Das Handgerät ist ja, Band ist ja eins, das nie in Ruhe zu Ruhe kommt. Hier muss immer Bewegung sein. Das ist das Allerwichtigste, denn auch dann gibt es Abzug, sollte das Band einmal liegen bleiben. Ja, was hier nicht passiert ist, nur jetzt zum Schluss und das ist korrekt. Also, sie bleibt vorn, das kann ich erstmal sagen, Serbojanska ja.